ich habe sogar ein bisschen weiter gespielt man ist es für dich eigentlich gar nie etwas neuer so ist schon etwas neues also dort wo ich war zeigt ja das ist der unterschied zu zweit ja hallo au so Ich ziehe. Ah. Von wo? Angst ist von oben. Ah! Ich komme. Ich komme nicht. Ah. Nee. Ah. Ah. So. 100 Verfahrung. Ich habe eine Errungenschaft bekommen. Ich hänge hier fest. Was? Komm. Nein, du musst da rauf gehen. Nein. Du machst es. Also komm dann auch. Auf geht's. Anade! Wo ist sie hin? Nein! Oh scheiße. Oh scheiße. Ich schieße einfach. Nein. Nein. Ich schieße mich. Ich schieße mich selber. Nein, ich schieße mich. Mensch. Da. Ohhhh. Überrasch. Nein! Nehm. 네. Nehm! �uman. Fast. Jetzt habe ich auch eine geile Schadlung. noch Waffen gewechselt ein Problem ach das stört ihn doch nicht er ist nur eine Null ich muss gar nicht auf ihn hören PC ah Munition was hast du für Geschenke gekauft wen willst du wissen meine Schwester mein Bruder deine Schwester welche Schwester die erste ich meine die jüngste diese Waffe ist sogar noch ein bisschen es ist die Beste Häh! die Hauze ach egal scheiß auf die Geschenke ich hab einfach ähm random Sachen ein random so random Namen ähm we uuuh ich wünschte ich hätte Beine du noob jetzt kommt der Big Big Boss Big 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 Girl in a Big ähm Alter so viel Zeugs so viel Geld und Essen und Menschen und was hast du da aufgelistet? ja 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 aufgerechtig nirgern aber dazu ein Laden kann ich noch was kaufen Munition ja ja den Rest brauche ich nicht bitte Granaten so ok du bist mein Millionssekunde jetzt sollte man da die Sniper ausnehmen deine Clip-Trap-Einheit ist wieder ich geh amt mal gleich in die Front was ich kann dann da mein Turret da hinlegen Unsere neuen Folterküpfchen Jungs heizt ihn ein nein 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 Captain Flint burn baby burn burn turn Adolse es tut mir leid Captain Prince bitte versingen sie mich die Glieder so jetzt mach deine Turret auf jetzt muss probier ihn zu demolieren oh mein gerad Handgranate oh mein god oh mein god und ich bin auch aufgerechtet alter Tja! Granate! Oh mein Gott... Granate! 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 Drei Granaten reingeworfen! Granate! Ich mach mich glaub nicht, ich kann nur ein Leben! Mensch, ich bin am brennen! Nein! Stieb! Er hat ein Flinster! Shotgun in your face! Das ist gut, er ist abgelenkt von dir! Ja, und ich bin geschoben! Out! Hier! Oh! Bitte töte ihn noch nicht! Ich will noch was sehen! Komm! Warte schneller! Ah! Da! Keine Angst, ich töte ihn schon nicht! Stimmt, du kannst es gar nicht! Ah! Ah! Yaaaaaah! Töp! Ah! Okay, jetzt bin ich dann gleich tot! Ich kann ihn töten! Ich kann ihn töten! Ich kann ihn töten! Ich kann ihn töten! Raha Raha und in beiden Tütteln also auch noch viele Leute es scheiß jetzt ist der Scheiße es ist die Uhr gebraucht Mann, oh Mann, wieviel Gegner hat's hier noch? Ich hab nicht mehr so viel Leben. Ich will noch etwas bei meiner Waffe schauen. Was? Was für eine Waffe? Bei seiner Waffe. Seine Waffe ist scheiße. Ist ja gegen Fleisch und ich hab eine Waffe gegen Fleisch und jetzt möchte ich die zwei vergleichen. Du musst die Waffe gegen Fleisch. Oh, ich hab neun Skillpunkte. Ich mach das noch. Ich mach das noch schnell. Ein klar gehört den Schusswaffen Schaden und den Nahkampf Schaden. Ja, mach mir das mal. Ich meine, besser. Okay, dann hab ich bessere Schusswaffen. Okay. Auf geht's. Kommst du? Du kannst ja noch was schauen. Ich weiß nicht, die falsche Waffe hast gewählt. Ist wieder... Okay, ich glaube wir sind schon bald beim Schiff, oder? Wir sind praktisch beim Schiff. Okay. Warte. Äh, ich hab auch noch einen Punkt zum Einlösen. So. Hey, ich hab ein Platz für die Erzählt euch noch Besschen. Boah. When it so sagt, mein Schiff, then denkt man so am Raumschiff. Ahja, was das jetzt wie ein Schiff ist.. Es ist auch ein Schiff. Ein Raumschiff, meine ich. Oh. Shotgun. die besser meine das war eine ist echt klar die hat zur streumontion die wäre geil gewesen ja kann ich weil ich möchte die angst mitnehmen andere waffen weg Schwersten das ist so komisch mit dem Inventar Waffen das ist irgendwie so komisch muss da mal ein Tutorial schauen wie ich noch eine Tier ich zwei Shotguns das ist eine schnellweil Waffe zwei Shotguns bis zu euch dort kommt und ich habe mich erinnert Christen Geld es labert er klar wird im und man auf der Stauk ein TPR so so dass wenn ich ein Schiff habe was das hier vorne ist so ein alter 4.000 ja Belohnung wo ja nicht wo kannst du Belohnung holen ich hab die Belohnung das hat dir aufgegeben das hat dir auch 15 Dollar gegeben das hat es nicht gegeben ja ja gehst du schon durch? nein so komm jetzt können wir dann die Reise anbrechen und dann stoppen ja ja wie möglich ich bin ok ja und der auf Skype auch gut komm schnell durchgehen wir reisen wir reisen 3 2 1 1 2 2 2 damit er scharfet so hast du Zeit den zu vertreten so also tschüss also tschau zusammen bis zum nächsten Mal 3 1 2 3 3 2 3 2 4 4 bis zum nächsten Mal